Das Post-Vac-Syndrom ist bisher wenig erforscht. Ein Grund dafür ist, dass es nur wenige Betroffene gibt. Welche Nebenwirkungen sind nach Corona-Impfungen bekannt? Und was ist die Ursache? Das erfahrt ihr jetzt. Post-Vac-Syndrom wird in den Medien als ein Sammelbegriff für andauernde gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge einer Covid-19-Impfung verwendet. Eine spezifische medizinische Definition gibt es nicht. Daher gibt es auch keine definierten Symptome und es ist auch nicht klar, wie lange die Symptome anhalten müssen, damit man vom Post-Vac-Syndrom sprechen kann. Deshalb ist es auch für Ärzte so schwierig, eine Diagnose zu stellen. Viele Betroffene fühlen sich alleingelassen. Menschen, die unter Langzeitbeschwerden nach der Impfung leiden, klagen über Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Atemnot, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bewegungsstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und chronische Müdigkeit. Sehr unspezifisch, diese Symptome können auf vieles hinweisen. Sie erinnern auch den von Long-Covid, den Spätfolgen einer Corona-Infektion. In sehr seltenen Fällen kann es auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Hirnvenenthrombosen, Lähmungserscheinungen und Herzbeutelentzündungen kommen. Das Post-Vac-Syndrom gibt es übrigens nicht nur bei Corona, sondern tritt auch bei anderen Impfungen wie der Grippeimpfung auf. Impfungen sind immer ein medizinischer Eingriff, bei dem es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen kann. Aber weil gegen Covid sehr viele Menschen in kurzer Zeit geimpft wurden, fallen diese jetzt besonders auf. Impfnebenwirkungen erfasst in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. Laut dem aktuellen Sicherheitsbericht des Instituts sind bei 0,029% der Corona-Geimpften Verdachtsfälle von schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten. Zum Vergleich von Long-Covid sind laut der Weltgesundheitsorganisation 10 bis 20% der Genesenen betroffen. Das Risiko, länger anhaltende Beschwerden zu bekommen, ist also nach einer Infektion um ein Vielfaches höher als nach einer Impfung. Okay, also schwerwiegende Nebenwirkungen treten bei 0,029% der Geimpften auf, langfristigen Symptomen, also dem Post-Vac-Syndrom leiden, das ist unklar. Denn weil es keine Definition gibt, gibt es auch keine konkreten Zahlen. Laut einer Recherche der Süddeutschen Zeitung haben aber inzwischen 6.682 Menschen Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens gestellt. Von einem Impfschaden ist laut Infektionsschutz die Rede, wenn die Impfkomplikationen so gravierend sind, dass sie mindestens sechs Monate anhalten und nicht von selbst wieder verschwinden. Betroffenen steht dann eine Entschädigung zu. Genehmigt wurden von den 6.682 Anträgen aber nur 285. 2.075 Anträge wurden abgelehnt, der Rest befindet sich im Prüfverfahren oder wurde von den Antragstellern nicht mehr weiterverfolgt. Einen positiven Bescheid bekamen vor allem Menschen mit Herzproblemen, Hirnfunktionsstörungen, Hirnvenenthrombosen oder neurologischen Schäden. Vereinzelt wurden auch Todesfälle infolge der Impfung anerkannt, die Zahl liegt aber unter 20. Es gibt verschiedene Theorien, wie es zum Post-Vac-Syndrom kommt, aber bislang ist nichts wissenschaftlich bewiesen. Eine Theorie hat mit dem ACE2-Protein zu tun. Das befindet sich auf der Oberfläche menschlicher Zellen, es spielt eine Rolle bei der Blutdruckregulierung und darüber gelangen Coronaviren in die Zelle. Besonders viel ACE2 haben jüngere sportliche Frauen und die sind besonders häufig vom Post-Vac-Syndrom betroffen. Die Vermutung ist, dass sowohl eine Infektion mit dem Coronavirus als auch die Impfung das Kreislaufsystem unter Umständen überfordern. Möglicherweise wird aber auch eine frühere Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus reaktiviert. Ihr kennt EBV vermutlich vom pfeifrischen Drüsenfieber, das wird nämlich von dem Virus ausgelöst. Mehr als 90% der Menschen stecken sich im Laufe des Lebens mit dem Erreger an, meist im Kindesalter und ohne Symptome. Das Virus bleibt aber dann lebenslang im Körper. Einige Menschen könnten als Reaktion auf die Impfung versehentlich Antikörper gegen den eigenen Körper bilden, anstatt gegen die Proteine des Coronavirus. Autoantikörper greifen dann körpereigenes Gewebe an und lösen so eine Autoimmunkrankheit aus. Bei einigen Menschen mit lang anhaltenden Symptomen lassen sich diese Autoantikörper feststellen, bei anderen aber nicht. Weil die Ursache noch nicht geklärt ist, gibt es auch keine Leitlinien zur Behandlung und auch keine Medikamente. Ärzte können nur versuchen, die einzelnen Symptome zu behandeln. Ich will nochmal betonen, Langzeitschäden nach Corona-Impfungen bleiben sehr, sehr seltene Ereignisse. Dennoch ist natürlich jeder einzelne Fall schlimm. Und deshalb sind jetzt vor allem weitere Studien wichtig, damit den Menschen mit Post-Vac-Syndrom schneller und besser geholfen werden kann. Mehr Videos von Upday findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei und lasst ein Like und ein Abo da.